Dazu die Gucci Slides, die kosten ja über 1.500 Euro mit diesem Pelz. Tera Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, meine neue Modemarke, 6 bis 7 Wochen wird es vermutlich dauern, es gab da Probleme, weil die Produktion nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da habe ich mir gedacht, na Max, es geht um dein persönliches Lebensglück und wie du das erreichst. Deswegen verzögert sich das Ganze. Also wird es vermutlich so sein, dass es Ende November 1. Drop meiner neuen Modemarke M.E.M. ist. Aber liebe Leute, wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, ihr seid da wegen einer weiteren Ausgabe von Richtig Kombiniert. Liebe Leute, wer es noch nicht gesehen hat, wir haben uns ja letztens Raff Camora vorgenommen. Warum? Geht's, Bruder? Alles okay? Ich habe mir gedacht und auch ihr wart der festen Überzeugung nach der Abstimmung, dass wir in Österreich bleiben und zu einem der größten Cloud-Rapper überhaupt gehen. Wir kommen zu Young Huren. Die Sache ist halt folgende. Bei Raff Camora ist es jetzt nicht unbedingt schwierig, sich den Style anzusehen, weil er so ziemlich immer das Gleiche anhat. Seine Fußballtrikots, seine Cap und seine weißen Nikes, das ist bei Young Huren eine komplett andere Geschichte. Also hier einen Leitfaden oder ein paar gewisse Merkmale auszumachen, die Young Huren Style beschreiben, ist absolut unmöglich. Wir werden es trotzdem versuchen. Wir werden jetzt gleich mal in so einen Instagram Account hineinsehen. Zack. Hier haben wir ihn schon. Young Huren, Diamant Baby. Wir haben hier einige Fotos, die wir uns ansehen, aber anhand dieser werden wir niemals so einen fixen Standpunkt festmachen können. Was wir sagen können ist, Young Huren ist auf jeden Fall jemand, der sich mit Mode beschäftigt. Auch wenn es in der Vergangenheit und auch heute bei seinen Postings immer wieder so rüberkommt, als wäre ihm scheißegal, was er anzieht, ist das absolut nicht so. Also der hat schon Ahnung. Der hat auch, glaube ich, sogar mit Prada irgendeine Kooperation am Laufen. Prada feiert er ja extrem. Da war er extra in Tokio oder so eingeladen. Ja, schaut schon auf Marken. Goyard kommt immer wieder vor. Also den interessiert schon, was er anzieht. Aber das Ding ist halt, er zieht sich nicht nur an, sondern er verkleidet sich auch. Er macht so irgendwo das Mittelding zwischen Anziehen und Verkleiden. Und ich glaube so ein bisschen, dass der das mit dem Anziehen so handhabt, wie ich mit meinem Schnurrbart. Ich habe den nicht, weil ich finde, damit ich gut aussehe, sondern weil er einfach so witzig aussieht, dass es schon wieder cool ist. Also das ist so meine Einstellung zu Schnurrbart. Und ich glaube, so ähnlich handhabt er das mit seinem Stil. Ich feiere das. Würde ich mir sogar selber kaufen. Weil er auf jeden Fall polarisiert durch die Art und Weise. Also wir haben zum Beispiel hier ein Bild, in dem er, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Frauenmantel ist, aber so ein Mantel, den man aus dieser spießbürgerlichen Jägerszene kennt. So ein grüner Mantel, darunter trägt er so eine Vliesweste in weiß gehalten und dazu noch eine auf die Farbe abgepasste Damentasche. Auch da denkt man sich wieder, was macht er mit einer Damentasche? Was hat er an? Das fragt man sich bei sehr vielen Bildern. Hier hat er einen Hut auf. Ich sehe jetzt nicht, von welcher Marke. Ich glaube, die Brille, die er trägt, ist von Prada. Bin ich mir aber auch nicht zu 100% sicher. Hier haben wir eine Louis Vuitton Tasche, die sticht einem gleich mal ins Auge. Dazu trägt er ein weißes Shirt von Raph Simmons. Eine weiße Jeans dazu. Vielleicht eine Levi's. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Vermutlich eine 501 hat. Also er hat prinzipiell nicht allzu viele Outfitfotos. Hier haben wir eins. Da trägt er. Ja, so eine Korthose, eine braune, die er gut an die Matratze farblich abgestimmt hat. Feierig würde ich genauso tragen. Übrigens, dieser ganzen Insider kennt Young Hurna auch. Das lässt er sich immer wieder anmerken. Dazu ein weißes Hemd mit Zipp in der Mitte. Eine Prada Tasche trägt er dann noch. Und die Schuhe kenne ich persönlich nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass auch die von einer Marke sind. Ja, er hat sich ja Grills anfertigen lassen. Allerdings keine komplette Zahnreihe, sondern einfach nur zwei so Hasenzähne. Was ich persönlich auch mega witzig finde. Hier haben wir auch wieder ein mega witziges Foto. Da sitzt er wieder mit dieser Korthose, die wir auf dem vorigen Foto auch schon gesehen haben. Ich glaube, das sind so Wilson-Tennis-Schuhe. Auch schon sehr gut getragen. Das ist ihm auch egal. Der rockt die Schuhe, solange er Bock hat. Oft ist es ihm einfach völlig egal. Dazu hat er jetzt eben diese Goya-Tasche. Also auch die sind sehr, sehr teuer. Ich bin mir sicher, dass die 2.000, 3.000, 4.000 Euro gekostet hat. Ich bin kein Goya-Experte, aber sehr, sehr teuer das Ding auf jeden Fall. Und diesen... Was kann das sein? Was kann das für eine Marke sein? Kommt mir bekannt vor mit diesen Croissants. Vermute ich irgendwas Französisches. Also kenne ich persönlich jetzt nicht die Marke. Schreibt mir das aber in die Kommentare, wenn ihr es erkannt habt. Ja, was trägt ihr hier? Hier trägt ihr wieder diese Schuhe von vorher, die ich persönlich nicht kenne. Vom Stil her sehen sie für mich relativ Vetements Reebok-artig aus. Also so dieses leicht usede, Mad Max-mäßige. So sieht das für mich aus, kann ich dir nicht sagen. Dazu trägt er halt diese Shrek-Pants mit diesem olivgrünen Streifen auf der Seite. Dazu ein graues Hemd, einen Teddybären und eine Beaniehaube. Also es ist komplett unterschiedlich. Von Foto zu Foto anders. Immer wieder mit so einem leichten Lächeln dabei, wie er als Person halt auch ist. Crazy, polarisierend, witzig. Deswegen feiern ihn die Leute halt. Er ist in seiner Art und Weise, wie er halt so verrückt auch seine Outfits zusammenwürfelt. Es ist teilweise, glaube ich auch. Ich glaube, teilweise greift er einfach rein und wenn er es witzig findet, zieht er es an. Was haben wir hier noch? Hier haben wir ganz klar ersichtlich. Prada, wie gesagt, feiert er die Marke. Hier hat er ein Hemd an mit aber so einem Zipp. Dazu die passende Hose, vermute ich auch von Prada. Ein normales Basic-Shirt drunter. Feier ich das einzige Outfit, das ich vielleicht auch tragen würde von den ganzen Outfits, die wir bis jetzt gesehen haben. Was haben wir hier? So ein bisschen auf Rav Camorra mit diesem Fußball-Trikot. Dazu die Gucci-Slides. Die kosten ja über 1500 Euro mit diesem Pelz. Und eine Hose. Ist das eine? Vielleicht sogar eine Jogger, kann ich jetzt nicht genau sagen. Er trägt Iced Out-Tennis-Kettchen noch dazu. Und hier haben wir auch ein sehr witziges Foto. Hier hat er so ein, ja, netzmäßiges Oberteil. Ist aber kein Shirt, sondern ist ein etwas dickerer Stoff. Dazu trägt er eine Levi's 501er in dieser Mickey-Maus-Kooperation. Und dann noch diese Tennisschuhe. Ja, das sind eher Tennissneaker, finde ich. So vom Aussehen her von Nike dazu. Auch wieder witzig mit diesem Mickey-Maus auf der Jeans oben. Und hier vielleicht noch das letzte Foto. Auf den ersten Blick, ja, ich glaube, das ist diese Balenciaga-Trainingsjacke. Dazu hat er eine Tasche von Fendi. Schwarze Sneaker. Die sogar farblich, wenn man jetzt diese Neon-Akzente sieht, wo die Laces hineinführen, leicht auf die Jacke abgestimmt. Sehr gut gelungen. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich eine Balenciaga-Jacke ist. Er markiert ja auch nichts. Schaut so aus. Also es sieht für mich nach einer Balenciaga-Jacke aus. Also, das waren jetzt ein paar Bilder, liebe Freunde, die wir uns da angesehen haben. An diesen Bildern können wir auf keinen Fall den Stil festmachen. Viel mehr Fotos hat er aktuell nicht auf seinem Instagram. Sein Stil verändert sich ständig. Und wie schon gesagt, es geht halt oft auch einfach um die Verkleidung. Das ist meine Analyse. So kombiniert. Young Huren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir bitte noch gerne eure Meinung zu seinem Style dazu. Und Dinge, die ich vielleicht vergessen oder nicht erkannt habe, würden mich auf alle Fälle sehr interessieren. Ich verlinke euch jetzt noch hier mein Instagram. Schaut auf alle Fälle auch meinen Pictures vorbei. Da wird auch kombiniert. Und ich bedanke mich für's Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir, liebe Freunde. Und bleibt dran. Es geht Ende November, Anfang Dezember los mit meiner neuen Modemarke MAM. Also das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Das war's von mir. Euer Maximilian. Nice, Tigger. Das war's von sch**t.